Jetzt begleiten wir mehrere Personen, die auf eine Reise gehen. Einmal sind wir auf dem Flughafen und danach in einem Zug. Sitzen Sie manchmal im Flugzeug? Möchten Sie da nicht wissen, woher die anderen Fluggäste, die Passagiere, kommen und wie oft Sie das Flugzeug nehmen? Sie stehen jetzt mit uns auf dem Flughafen in Hamburg. Einige Passagiere sind noch nicht ins Flugzeug gestiegen. Zwei dieser Fluggäste fragt Chris Pohl, wohin sie fliegen. Warum nehmen Sie das Flugzeug? Und fliegen Sie allein? Sie werden auf diese Fragen Antwort bekommen. Ich treffe Sie hier am Flughafen in Hamburg. Woher kommen Sie? Aus München. Und wohin wollen Sie jetzt? Wieder nach München nach Hause zurück. Fliegen Sie viel? Relativ viel. Warum? Geschäftlich und privat. Guten Abend. Guten Abend. Wohin fliegen Sie? Ich fliege nach Australien. Das ist weit. Ja, das ist ziemlich weit. Fliegen Sie allein? Nein, ich fliege mit meiner Freundin. Zur Familie meiner Freundin. Meine Freundin ist nämlich aus Australien. Und die Familie lebt dort? Und die Familie lebt dort und die wollen wir zum ersten Mal besuchen. Wann geht Ihr Flug? Der geht um 20.30 Uhr. Guten Flug. Ich danke Ihnen. Ja, guten Flug. Wie ist das mit dem ersten Fluggast? Der erste Fluggast ist eine Frau. Woher kommt sie? Aus München oder aus Hamburg? Sie kommt aus München. Aus München? Und wohin fliegt sie? Nach München oder nach Frankfurt? Nach München. Wieder nach München nach Hause zurück. Richtig. Die Dame kommt aus München und sie fliegt nach München zurück. Sie fliegt sehr oft. Warum? Hören Sie. Geschäftlich und privat. Wiederholen Sie. Geschäftlich. Geschäftlich. Das heißt, es hat mit der Arbeit zu tun. Und jetzt Sie. Bilden Sie einen Satz mit geschäftlich. Ich fliege oft Hamburg. Ich fliege oft geschäftlich nach Hamburg. Wiederholen Sie jetzt. Geschäftlich und privat. Nur privat fliegt der zweite Fluggast. Ein Herr. Er fliegt mit seiner Freundin und er fliegt sehr weit. Wissen Sie noch, wohin? Nach Amerika? Nach Australien? Nach Argentinien? Ich fliege nach Australien. Warum eigentlich nach Australien? Will er ein Känguru mitbringen? Will er nur Australien besichtigen? Will er die Familie seiner Freundin besuchen? Er will die Familie seiner Freundin besuchen. Ich fliege mit meiner Freundin. Zur Familie meiner Freundin. Guten Flug. Wiederholen Sie. Guten Flug. Wann sagt man das? Vor dem Flug oder nach dem Flug? Vor dem Flug sagt man guten Flug. Unser Herr auf dem Flughafen fliegt mit seiner Freundin in Urlaub. Das ist eine lange Reise. Was wünschen Sie ihm? Gute Reise oder schönen Urlaub? Wiederholen Sie. Gute Reise. Schönen Urlaub. Sie sind im Restaurant mit Kollegen. Was sagen Sie vor dem Essen? Guten Appetit. Ihre Freundin ist krank. Sie wünschen ihr... Gute Besserung. Ihre Kollegin hat Geburtstag. Sie wünschen ihr... Alles Gute zum Geburtstag. Zurück zu der Dame aus dem ersten Interview. Sie haben gehört, woher sie kommt. Sie hören jetzt den Namen einer Stadt oder eines Landes. Wir fragen sie dann... Wir fragen sie dann... Woher kommen sie? Und... Wohin fliegen sie? Und sie antworten mit diesen Namen. Ein Beispiel. Italien. Woher kommen sie? Ich komme aus Italien. Ich komme aus Italien. Wohin fliegen sie? Ich fliege nach Italien zurück. Nun sie. Hamburg. Woher kommen sie? Ich fliege nach Hamburg zurück. Ich fliege nach Hamburg zurück. Woher kommen sie? Ich fliege nach Österreich zurück. Ich fliege nach Österreich zurück. Ich fliege nach Österreich zurück. Ja. Es heißt die Türkei. Welche anderen Ländernamen haben auch einen Artikel? Die Schweiz zum Beispiel. Also, weiter. Woher kommen sie? Ich komme aus der Schweiz. Und wohin fliegen sie jetzt? Ich fliege in die Schweiz zurück. Hm. Und die USA? Wie geht es da? Ja. Das ist Plural. Die USA. Woher kommen sie? Ich komme aus den USA. Und wohin fliegen sie jetzt? Ich fliege in die USA zurück. Und sie? Sie fliegen jetzt nicht weg, oder? Bleiben sie noch ein wenig bei uns. Es geht gleich weiter. Es geht gleich weiter.